Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Super Mario World Jetzt müssen wir dieses Level nochmal machen Na super Mit Yoshi immer wieder am Start und zack Hoffentlich kriegen wir jetzt hier mal was Besseres Nein Noch eine Fehler, jo super Diesmal gehen wir nicht da lang, da wo wir da voll angegangen sind Oder doch können wir ja auch machen, wir müssen ja nur nicht den Schlüssel nehmen Oh, hier ist jetzt ein grünes Feld Und da ist eine Feder drüber Die werden natürlich super brauchen Der erste Part ist schon am Hochladen gerade Hoch Wie, das ist jetzt schon wieder eine Abkürzung Oh, wir dürfen jetzt Quiz spielen Ach nee, Bonus Game heißt das hier Ja, Yoshi, aber ohne dich, mein Freund Wird glaube ich besser Ja, toll Ja Nee, normaler Weg Und das erste Geisterhaus Lass mal Safe State setzen Ehrlich Wieso springt der denn nicht Oh, nicht schon wieder Ach Gott Ja, komm, ich mach's langsam Sonst wird das ja nie was hier Nein Fickt euch Ist gerade neun Uhr morgens Ist es Ziemlich spät für meine Verhältnisse Finde ich Nehmen wir das oder Ja, müssen wir ja, oder? Hier kommt es noch ab Komisch Oh, ich hasse dieses Level Du musst ja irgendwas machen Das weiß ich noch Wenn wir mal Oh, Mauszeiger wieder im Bild Äh, Moment Aber ich glaube, den sieht man gar nicht Dann gehen wir jetzt mal Hier rein Oh nee So Machen den hier Und springen dort drüber Und gehen hier rein Nochmal Dann gehen wir hier runter Nehmen den Ach ja, siehste Und schlä... Äh, nicht getroffen Aber egal Ja, wir speichern mal einfach Und Donut Plains Oh, hier ist ein grüner Oh, krasse Sache Jetzt kann man richtig fett Überall hingleiten Macht der uns nicht zum Fliegen Yeah Was ist das hier oben? Wir machen mal kurz ein Save-State Nicht, dass wir irgendwo abstürzen Wo nichts ist Und hier noch eine Und Jo, nice So, einfach mal aufmachen Hier drauf springen Zack Und einfach mal Joshi zurücklassen Ducken Und Zack Ja, das ist Skill, meine Freunde Sowas hat nicht jeder Das verspreche ich euch Oh, das war knapp Ein Pixel Bevor ich abgestürzt bin Also Ein Pixel weiter nach rechts Und nicht mehr abgestürzt Hm Hm Erster ab Nee, das war nämlich Dies hier Oh ja Bin ich nicht gut Bin ich diesmal in der Mitte Rechts Ich weiß es nicht Jo Und jetzt Und ist nämlich das hier Und Das hier Scheiße Das hier Das hier Und Ja, fett Leben abgestoppt Würde ich mal sagen Ob die Reihenfolge immer Gleich ist Das weiß ich nicht Oder Nein Ach komm Falsche Taste gedrückt Wir machen es einfach mal so Wie letztes Mal Dass wir so einen Geilen Skill haben Na, das machen wir jetzt nicht Ich save aber einmal Ach hier wären wir dann rausgekommen Okay Toll Was soll ich mit Ab Jetzt auch noch so kurz Vorm Ziel Ein Vor der zweiten Burg Was ist das für ein Level Oh krass Oh Gott Ja Das habe ich nicht gewusst Okay Müssen wir ihn schnell töten Bevor er da mal irgendwas macht Okay Oder auch nicht Und wir gehen einfach weiter Ach ja Wir safen erstmal kurz Oh Gott Oh Ich Hasse diese Dinger hier Ach da kann man glaube ich einen Multi-Killer erreichen Zack Yeah Hier kann man rein Okay Souverän gelöst Meine Freunde Jetzt haben wir den überflogen Und sind wir groß Safe State setzen Und Zack Yoshi holen Was ist denn Die Äh auf jeden Fall Okay das sollte ich nicht aber Mann Achso Okay alles klar Oh Gott Ey das war knapp Ähm Ja Skill vom Feinsten So kennt man das von mir So und jetzt ist die zweite Bug dran meine Freunde Mal gucken Als erstes lassen wir Yoshi draußen Erstmal einen Safe State setzen Hau mal Yoshi Kann man nichts machen So Och nein Safe State Hau Och Och Gott Nein Ach komm Ich glaube die grünen sind immer besser als die Gelben Ach komm Das war doch nur mit der Nase berührt Och Ich liebe dieses Level Och Gott Warten 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 Natürlich die Spiele Früher Immer gesuchtet In meiner Kindheit Darum bin ich jetzt auch so ein Overpro-Skiller Ha Das war natürlich noch ein Scherz Meine Freunde Oh Das war Arschknapprad Und ja Falsche Seite ausgewählt Und zack Und Wieder nach Fast unten So soll es sein Wenn man eine Aufnahme Macht Nein So kommt mal Oh Gott Huh Hm Richtigens Gil Heute wieder Mitgebracht Von der Müllhalde Hä Achso Ach Komm Safe State Erstmal Da oben ist nämlich schon der Boss Der B-O-Z-Z Dann springen wir hier hoch Und dann zack Und dann nehmen wir erstmal das Grüne hier Weil wir so viel Skill haben Ja meine Freunde Safe State davor setzen So Der ist aber sexy grün Genauso wie die Kästen die wir freigeschaltet haben Und Jetzt geht er hoch Und jetzt springt er gleich runter Zack Und jetzt zack Komm her Komm her Komm her Komm her Komm her Komm her Oh Gott das war knapp Ach komm Jetzt haben wir ihn nochmal Ja zack Nein Ach komm Hab ich mich so gefreut Dass ich auf heute das hier gekommen bin Haha Woop Geschafft, meine Freunde. Den zweiten Tempel, sag ich mal. Oder Burg, oder wie man es auch nennen möchte. Jetzt kickt er da richtig gegen. Thank you, Mario. Oh Gott, ja. Ziemlich anstrengend für ihn, glaube ich. Nicht wundern, warum ich immer das gleiche T-Shirt jetzt anhabe in den nächsten Folgen und so. Das wird sein, weil ich jetzt erstmal eine Runde aufnehmen werde. Ich glaube, vier, fünf Parts werde ich jetzt erstmal aufnehmen, weil ich gerade richtig Bock habe zu spielen. Selbstwert erst mal setzen. Och, komm. Kann man auch nicht irgendwie tricksen, dass man da mit Yoshi so richtig durchkommt. Boah, Skill hoch 500. Warte mal. Hier war irgendwo noch was drin. Hier brauchen wir die lila Kästen. Was ist da oben drunter? Ne, ranke, toll. Selbstwert setzen. Muss sein, muss sein, manchmal. Oh ja, das ist auch krass. Sowas von extrem krass. Wisst ihr? Dann setzen wir jetzt erstmal hier in Safe State, damit sie so lange dauert, um wieder hierher zu kommen. Falls wir wieder abkratzen. Oh nein. Hm. Okay. Richtiger Moment und zack. Oh. Mist. Hätten wir eigentlich noch einen abholen können. Aber was soll's. Ach komm. Wie klar war das? Nein, ich hab gesaved. Oh nein. Na ja, dann fangen wir nochmal von vorn an. Oder von der Mitte. So. Safestate. da gehen wir nach ganz oben ich weiß nicht wenigstens 11 eingesandt besser als nichts da gibt es auch noch einen geheimen versteckung oder kann man doch dann links hoch ist auch egal jetzt gibt es erst mal ein fettes wasserlevel erst mal ein safestate setzen ein kappador meine freunde und ich werde glaube ich erst mal drei folgen aufnehmen und dann noch so walking dead eine folge für euch damit ich auch gleich hochladen kann ich glaube so mache ich danach gönne ich mir erst mal fett frühstück und dann ja meine freunde das weiß ich auch noch nicht was dann passiert auf jeden fall wenn wir jetzt erst mal klein weil es natürlich viel cooler ist und dann nehmen wir uns diesen pilz damit wir wieder groß sind dann gehen wir hier rechts hoch warten bis hier was hier durchkommt springen auf ihn drauf rennen rüber und safestate setzen die mitte nehmen warten bis er kommt rüber springen hier durchsliden das nehmen und erst mal einen fetten stern abkassieren jetzt rennen hier drauf ja hier drauf und dann natzen wir den um springen hier hoch und nehmen wir den auch mit und dann nehmen wir den auch mit und die alle hier und dann ist der stern auch gleich schon vorbei aber davor nehmen wir uns noch das hier und der duplikatiert sich duplikatiert duplikatiert was weiß ich wie das heißt springen hier rüber werden klein und nehmen erst mal 21 punkte mit meine freunde so das haus werden wir noch machen und dann war es das erstmal für diese folge erst mal ein safestate setzen wir gehen da als kleiner mario rein und zack und schlitz und jetzt springen wir hier rein nehmen uns dies hier nehmen uns den dicken pilz und werden erstmal richtig auf droge safestate 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 naja hier ist ein dicker geist hast wohl zu viel gegessen mein freund da ist noch ein dicker ich bin schon zurück du siehst mich nicht doch doch ich sehe dich mein freund so was kommt jetzt auf uns erst und zählt grüne blasen ach egal noch mal was auch so schaffen oh gott sie sind überall safe state das habe ich natürlich extra gemacht um euch zu zeigen wie gefährlich es sein kann und über so ein komisches ding zu hüpfen da so ein abgrund dann wäre es mal ein p ja und noch weiter denke ich mal ja war klar scheiße was machen wir denn schon wieder hier ja ja das alles nochmal machen oder wie jetzt kommt da wieder eine oh gott ach komm ich habe auch noch gesafe state ich glaube ich lege das irgendwann mal auf eine andere taste ist ja schrecklich ich lasse jetzt einfach die finger davon im geisterhaus gibt es noch nicht mal eine mitte das war purer skill grad timing von feinsten wie ich gerade schon wieder außerdem drauf gekommen bin es war wirklich außerdem weil ich so doll auf meinen controller gedrückt habe weil ich so wütend bin jetzt nochmal ne 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 sondern scherz ja ordentlich hinsetzen hier bestimmt sieht man mich noch nicht mal doch man sieht mich und das hier rüberspringen über den fetten diesmal nochmal war alles richtig ähm was die glatze wegrad sie hat ok oh gott ja siehst du mal wieder den falschen benutzt boah diese musik so links nicht bekommen schade ja das war es auch für heute ja ich lege dir noch einen part von mario am tag hoch wenn es euch gefallen hat gebt mir einen dicken blauen daumen abo für mehr videos bis zum nächsten mal ciao